hi wunderschön und herzlich willkommen zum doom 2 vanilla let's play map 5 und damit natürlich auch folge 5 ja diese woche raus wieder mit dem mikrofon auch alles hin das war letzte woche nun mal wieder ein kleiner unfall weil neben meinem mikrofon ist normalerweise ein abseits meine wlan stick und der ist aber so ungünstig gefallen dafür neben dem mikrofon lag und die menschen die störungen die man gehört hat so was wir brauchen ist und dann versagen wir haben bereits freudig erwartet auch einer wird dann das Woh! Ha ha... Was ist das? Teig aber doch mal wieder. My friend. So, die sind ja auch gleich. Easy. Vielleicht mal speichern hier. Nach diesem grandiosen Einstieg. Hallo? Ah, danke. Nein, das wollte ich nicht. Die blaue Perle, definitiv. Haha. Ups. Oh, doch. Shotgun-Shells kann man immer bebrauchen. So. Dann gehen wir mal hier unten rein. So. 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 Uh-huh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das sind welche! Oh mein Gott! So, jetzt kommt der rote Riese Oh, jetzt kommt der rote Riese Oh, jetzt kommt der rote Riese Aua! Dann durch! Ja! Ja! So! 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 Geheimweg noch reingehen und dann, ähm... Haben wir es doch quasi geschafft. Hallo? Danke. So... Dann finden wir das auf. Dann erledigen wir hier die Fischer in dem Raum und dann... Aua! Warum war da eine Wand im Weg? Oh mein Gott, ich sterbe! Das verstehe ich, obwohl ich die ganze Zeit unten zu diesen Fischern schieße. Da... Da... Da ist kein Auto irgendwie... Na komm, stopp halt. Danke. Hast du noch einer? Nein. Ich hätte noch die Leute hier. Ich hasse dich. So... So... Aber auch nichts mehr. Schade eigentlich. So... Ach! Darf noch mal drücken. Sehr schön! Und... Hier noch welche? Nein. Gar nichts mehr. Na komm hoch. Danke, 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 danke. Wie sieht's hier aus. Auch nichts mehr. Gut, neulich geben wir zurück ins Ziel. Easy. Achso, siehst du, ich war ja auch noch Munition. Ah, schon sind wir voll. Sehr gut. Easy, easy. Damals easy. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Haben wir noch einer? Nein. Wie schön! Hätten wir... Ach du Scheiße. Das Level auch geschafft. Und dann kommt jetzt noch mal... eins der ersten Blööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so nicht vor.